Ist Dein Therapeut, Coach oder Berater wirklich der Richtige für Dich? Drei Tipps zur Therapeutensuche Suchst Du einen für Dich passenden Coach oder Berater oder fragst Du Dich, ob Dein Therapeut für Dich der Richtige ist? In diesem Beitrag nenne ich Dir drei Tipps, worauf Du achten kannst, wenn Du gerade auf der Suche nach einer passenden Unterstützung für Dich bist. Vielleicht bringt Dich auch die Arbeit mit Deinem jetzigen Berater, Therapeuten oder Coach nicht so weiter, wie Du es Dir eigentlich wünschst. Du kannst die Tipps auch nutzen, um den gegenwärtigen Status Quo zu überprüfen. Ich werde sehr häufig gefragt, wie man den richtigen Therapeuten, Coach oder Berater findet. Hierzu habe ich bereits einige Beiträge gemacht, denn die Antwort liegt auf mehreren Ebenen. Ich werde in diesem Beitrag nicht auf konkrete Therapieformen eingehen. Denn welche Therapie sinnvoll ist, ist eine individuelle Frage und sollte nach meiner Auffassung nicht pauschalisiert, sondern in einem persönlichen Gespräch geklärt werden. Sonst wäre es für mich unseriös. Grundsätzlich sollte bei der Traumaarbeit jedoch der Körper mit einbezogen werden. Denn ein Trauma ist ein verkörperter Schrecken. Und es ist wichtig, zwischen Schocktrauma und Entwicklungstrauma zu unterscheiden, da beide Formen unterschiedliche Herangehensweisen brauchen. Und nun zu den drei Tipps zur Therapeutensuche. Die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit mit einem Therapeuten, Coach oder Berater ist immer, dass die Beziehung passt. Die größte Koryphäe nützt dir wahrscheinlich kaum etwas, wenn die Chemie zwischen euch beiden nicht stimmt. Mehr dazu findest du in meinem Beitrag Beziehung auf Augenhöhe. Den habe ich dir unten verlinkt. Es kann aber auch sein, dass ein Anfänger mit wenig Erfahrung trotzdem genau der Richtige für dich ist. Es kommt auf das Thema und das Ziel an. Letztendlich ist dein Gefühl und das Ergebnis der Arbeit entscheidend. Fühlst du dich bei deinem Therapeuten, Coach oder Berater gut und die Veränderungen sind grundlegend und nachhaltig? Perfekt. Und auch hier ist es sinnvoll, gelegentlich zu hinterfragen, ob das derzeitige das ist, was du jetzt brauchst. Im Rahmen einer erfolgreichen Entwicklung kann es sein, dass für dein in Anführungsstrichen neues Ich eine andere Unterstützung oder eine andere Unterstützungsart hilfreicher wäre. Du kannst das vergleichen mit einem Übergang von der Grundschule in eine weiterführende Schule. Und hier ist es mir wichtig, bei dieser Metapher bleibend zu erwähnen, dass die Lehrer der Grundschule nicht weniger kompetent oder nicht weit genug sind, um ältere Kinder zu unterstützen. Es geht um unterschiedliche Schwerpunkte, die Fachpersonen haben. Jeder Schwerpunkt hat seine Zeit. Und wenn du durch erfolgreiche Arbeit aus deinem Problem herausgewachsen bist, kann manchmal ein neuer in Anführungsstrichen Lebensabschnittspartner entwicklungsfördernder sein, als beim Alten zu bleiben. Gerade weil der Alte gute Arbeit geleistet hat. Manchmal erzählen mir Kunden, dass sie schon sehr lange bei einem Therapeuten sind, bei dem sie sich auch sehr, sehr wohl fühlen. Obwohl sich grundlegend für sie durch die Arbeit nichts geändert hat. Wenn es dein Ziel ist, eine Art regelmäßige Wohlfühloase zu haben, super, dann genieße es. Wenn du dir aber zusätzlich noch mehr Veränderung wünschst, kläre, ob das in euren Arbeitsrahmen möglich ist. Wenn nicht, macht es Sinn, auszuziehen, unter jemanden zu suchen, der dich auf deinem Zielweg weiterbringt. Eine gute Beziehung ist die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit mit dem Therapeuten, Coach oder Berater. Die allein ist zwar viel besser als nichts, gleichzeitig gibt es da aber noch sehr viel Luft nach oben. Tipp 2 Wie ist dein Coach, Therapeut oder Berater fachlich aufgestellt? Prüfe, ob die Fachperson auch die passenden Fachkenntnisse für dein Anliegen hat. Hier kannst du dich zum Beispiel vorab auf der Webseite informieren oder direkt nachfragen. Beobachte, wie dein Gegenüber auf deine Fragen reagiert. Sieht es diese als kompetenten und selbstbestimmten Akt deinerseits, mit dem du prüfst, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist, oder reagiert sie verunsichert, genervt oder arbeitet vielleicht sogar mit Vorwürfen aller, sie haben wohl Schwierigkeiten zu vertrauen? Es geht hier um die Arbeit mit deinem Innersten. Da sollten solche Fragen absolut willkommen sein. Es ist hilfreich, wenn der Unterstützende mehrere Fachausbildungen hat. Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel. Gleichzeitig ist es hilfreich zu schauen, wenn jemand sehr viele Ausbildungen hat, ob diese auch wirklich in die Praxis umgesetzt werden. Es gibt einige, in Anführungsstrichen, Ausbildungssammler, die sehr viel Wissen haben, aber kaum praktisch damit arbeiten. Dann kann es an Routine und an ausreichender Praxiserfahrung fehlen. Auch wichtig bleibt die Fachperson in ihrem Metier. Coaches und Berater dürfen nicht therapieren. Sie dürfen aber trotzdem bei allgemeinen Lebensthemen unterstützen. Am besten im Austausch mit einem Therapeuten, so einer vorhanden. Nach meiner Erfahrung sind da leider meist die Therapeuten nicht so offen, wie es wünschenswert wäre. Bei therapeutischen Themen muss ein Coach oder Berater auf einen Therapeuten verweisen. Natürlich sind da die Grenzen häufig schwimmend. Gleichzeitig ist es wichtig, diese Grenze immer gut im Auge zu behalten und im Sinne des Kunden oder Klienten entsprechend zu handeln. Du möchtest deine Berufung finden? Das ist ein schönes Thema für die Arbeit mit einem Coach oder Berater. Dir wurde eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert? Frage, ob der Therapeut Erfahrungen damit hat. Du leidest unter einem Entwicklungstrauma? Auch hier ist es wichtig nachzufragen. Da gerade Kassentherapeuten bei diesem Thema zurzeit häufig nicht die notwendigen aktuellen Kenntnisse haben. Die findest du eher bei einem entsprechend ausgebildeten Heilpraktiker für Psychotherapie. Wenn du vermutest, von einem Entwicklungstrauma betroffen zu sein, frage nach, was für die Fachperson ein Entwicklungstrauma ist und wie es sich von einem Schocktrauma unterscheidet. Wie wird konkret mit dem Entwicklungstrauma gearbeitet? Und inwieweit wird die Körperarbeit berücksichtigt? Und wie wird konkret mit dem Stresssystem gearbeitet, um eine gute Selbstregulation zu lernen? Mit meiner YouTube-Playlist Hochsensibilität als Last Woran liegt es, wenn Hochsensible stark leiden? kannst du dich auf dieses Gespräch vorbereiten. Ich verlinke sie dir in der Beitragsbeschreibung. Informiere dich auch bei einem Heilpraktiker für Psychotherapie genau über seine Ausbildung. Viele von ihnen sind sehr gut ausgebildet und sie stehen einem psychologischen Psychotherapeuten im Nichts nach. Gerade in Bezug auf Entwicklungstrauma können sie sogar besser ausgebildet sein. Andererseits gibt es auch ein paar wenige Heilpraktiker für Psychotherapie, die die Zulassung haben, ohne eine Ausbildung in der praktischen Arbeit mit Menschen und mit entsprechenden Eigenarbeitsanteilen. Hier ist es wichtig, sich gut zu informieren. Generell darf ein Heilpraktiker für Psychotherapie mit vielen psychischen Krankheiten nur arbeiten, wenn er hierfür die Kenntnisse und Erfahrungen besitzt. Auch ein Psychologe lernt in seinem Studium in Anführungszeichen nur das wissenschaftliche Arbeiten. Die Bezeichnung Psychologe oder Heilpraktiker für Psychotherapie heißt nicht zwangsläufig, dass jemand seine eigenen Themen auch bearbeitet hat. Ein Psychologe sollte deshalb genauso entsprechende Zusatzausbildung haben wie ein Heilpraktiker für Psychotherapie. Tipp 3 Prüfe, wie umfassend die Fachperson eigene Themen aufgearbeitet hat. Wie viel Arbeit an den eigenen Themen musste der Therapeut, Coach oder Berater während seiner Ausbildung leisten? Das Aufarbeiten der eigenen Themen ist eine tragende Säule, um gut arbeiten zu können. Sonst ist die Gefahr groß, dass eure Zusammenarbeit stark von den eigenen Themen der Fachperson eingefärbt wird. Im schlimmsten Falle, ohne dass ihr es merkt. Tragischerweise suchen wir uns zum Teil gerade die Fachpersonen aus, die auch ein Thema mit unserem Thema haben. Und dann kommt es anstatt zu einer positiven Entwicklung häufig sogar zu einer noch tieferen Verstrickung. Das kann sogar bis zu einer Retraumatisierung führen. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Therapeut, Coach oder Berater die eigenen Themen weitestgehend aufgearbeitet hat. Es gibt selbst bei studierten psychologischen Psychotherapeuten in einigen Fachrichtungen die Möglichkeit, weitestgehend ohne Eigenarbeit das Studium durchzuführen. Auch hier kannst du nachfragen und die Reaktion des Therapeuten genau beobachten. Natürlich ist jede Fachperson nicht davor gefreit, dass eigene Themen angeträgert werden. Berater, Therapeuten und Coaches sind auch nur Menschen. Und das Leben stellt jeden Einzelnen immer wieder vor neue Aufgaben. Das ist per se okay. Wichtig ist, dass sie grundlegend schon mal gut aufgeräumt sind. Und wenn sie angetriggert werden, entsprechend fachlich reagieren. Wie du erkennst, ob du oder jemand anderes gerade angetriggert ist, erfährst du in einem meiner nächsten Beiträge. Es ist sehr hilfreich, wenn wir bewusst wahrnehmen, dass wir angetriggert sind und unsere Emotionen gerade auf Autopilot schalten. Und es ist eine große Hilfe, wenn wir erkennen können, dass unser Gegenüber gerade seinen eigenen Film fährt, der mit uns nichts oder nur sehr bedingt etwas zu tun hat. Vielleicht hast du ja Lust, mit mir und vielen Gleichgesinnten in meiner Online-Coaching-Prozessgruppe Hochsensible Leichtleben gemeinsam an typischen Themen der Hochsensibilität zu arbeiten. Wenn du als Coach, Therapeut oder Berater oder auf anderer Weise mit Hochsensiblen arbeitest, bekommst du in meiner Ausbildung zum HSP-Berater viel praktisches Handwerkszeug und ein umfangreiches Hintergrundwissen, um Hochsensible kompetent und umfassend begleiten zu können. Na, neugierig? Auch für die Online-Prozessgruppe und den HSP-Berater findest du den Link in der Beitragsbeschreibung. Abschließend ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass es sich im Bereich Coaching, Therapie oder auch Beratung um eine Dienstleistung handelt. Und da ist es euer gutes Recht zu schauen, ob euer Dienstleister für euch passt. Wie denkst du darüber? Schreib es in die Kommentare und wenn du Anregungen hast oder Fragen, gerne auch. Und vielleicht ist deine Frage Thema eines neuen Videos. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und tschüss! Schreib es in die Kommentare